Hm. Haben wir schon mal miteinander zu tun gehabt? Nee. Von irgendwoher kenne ich Sie. Bestimmt nicht. Ich habe ein ausgeprägtes Personengedächtnis, können Sie mir glauben. Wenn ich mal jemandem begegnet bin, dann... Ach so, vielleicht verwechseln Sie mich. Ich bin ja Schauspielerin ähnlich. Aha. Möchten Sie wohl gern, wie?